So. 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 Oben, links. Ist wieder zu steil. Das ist zu steil. Siehst du, das schafft er nicht. Scheiße. 270. Nein. Das schafft er nicht. Ist für ihn zu steil. Ist für ihn zu steil. Keine Ahnung. Ist für ihn zu steil. Ist viel zu steil. Ist einfach zu steil für ihn. Schafft er nicht. Packt er nicht. Kann er nicht. Macht er nicht. Will er nicht. Schade. Bin auf Ampc2 auf Adburg unterwegs mit der M1 Stadtbusfamilie. Was geht? Was geht? Fortnite Gamma High willkommen. Luis B. Willkommen. Streams. Servus. Christian. Hallo. Es ist einfach zu viel für ihn. Wir versuchen jetzt noch mal was. Warte mal. Ui. 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 Was passiert eigentlich, wenn man da die Hand bremst und so weiter? So, warte mal. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Schast du das? Nein. Keine Chance, Digga. Einfach keine Chance. Er fällt einfach durch. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Das geht. Nichts. Es geht einfach nichts. Das kann doch nicht sein, Mann. Das ist doch. Warum will ich mich um sie eigentlich verarschen? Ich dachte, man kann einfach mal was Cooles machen. Dass er das einfach. Dass er das einfach wirklich macht. Dass das einfach. Keine Ahnung. Dass du wirklich keine Ahnung, was du mit 1000 kmh die Rampe runterbretterst. Aber er will es nicht. Er macht es einfach nicht. Das ist langweilig. Das ist scheiße. Das ist, äh, ja, kotzt mich an. Ähm, ich werde jetzt noch ein was machen. Haben wir da nicht einen? Haben wir da nicht einen? Hatten wir nicht mal einen? Haben wir nicht einen? Haben wir? 1000 Hartkreise Kugel durch Styropor. Joa. Ungefähr so. Haben wir hier einen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ne, warte mal, steht Solo dabei. Sorry, sorry, hab ich nicht gelesen. Ähm, dann Van Hul, glaube ich, hat Doppeldecker. Doppeldeckerbusse. Doppeldeckerbusse. Die interessieren mich. AG 300 ist, glaube ich, einer. AG 300 müsste einer sein. Jawollsko! Jawollsko, Digga. Viel Spaß noch mit der Olga. Ich bin jetzt weg, hoffe du schaffst es auch ohne meine Hilfe. Äh, ich muss mal gucken. Wird schwierig, aber danke. Hau rein. Flashplayer, willkommen streamen. Hi. So. Wahrscheinlich spawnt der Doppeldecker wieder gar nicht. Oh. Oh, das wird lustig. Also mit Doppeldecker. Das ist das Interieur, das gehört sich verprügelt. Das gehört sich verprügelt. Was sind denn das für Geräusche hier? Halt, stopp. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß nicht, ob du schon drücke. Gelenkbus, ja, soll ich doch. Oder hab ich es falsch gesagt? Oh, der hat sich gehalten. Der hat sich ja gehalten. Ich komm nicht mehr drauf klar. Wie das sich anhört. Ja. Bye, bye. Ja. Lass den Sound mal auf euch wirken. Conor Schmidt, natürlich, selbstverständlich kenne ich dich noch. Servus. Wie geht's? Ey, coole Sau. Ey, coole Sau. Endlich streamen. Ey, boah, ClickLP. Willkommen streamen. Fahr mal am Motor mit. Fahr mal am Motor mit, ey. Nimm ein Mercedes. Ich hab leider keine Mercedes-Benz. Ich hab leider keine Mercedes-Benz. Ich hab noch keine anderen Busse. Das wäre mal lustig, wie die sich alle anhören, wenn die im absoluten Begrenzer sind. Wenn die im absoluten Begrenzer sind. Ist der noch länger? Ist noch ein galeres Teil? Hm, der könnte auch lustig sein. Oder vielleicht mal einen anderen. Kann ich Moderator? Nö. Ganz trocken. Nö. Äh, gut, dir. Mir geht's ein, wann war der längste Sportwagen älterer Generation. Ähm. Wir machen mal so einen ganz alten, ja. Machen mal so einen ganz alten. Äh, joa. Im Innenraum am Motor. Ja. Ja, wäre ein Versuch wert. Kann man mal machen. Aber man ist ja eh schon sehr nah dran. Also man hört, das ist echt verdammt krass. Aber es ist zu steil. Er schafft's einfach nicht. Es ist... Er wird auch später einfach durch... Merkt euch dieses Schild. Seht ihr, was da draufsteht? 75. 75. Hast du ein Tutorial gemacht, wie man einen Bus installiert? Nein, sorry. Ich bin der wahre Mut. Ja, Kevin Skill. Da hat's schon fast über ein Jahr gedauert, bis er endlich mal Moderator wird. Also ich würde... Mein Glück nicht. Gefährt nicht. Oh mein Gott. Was bist denn du für ein komisches Geräusch? Oh, der hört sich ja geil. Und man sitzt da auch so schön hoch. Der ist ja komplett aus dem Leben. Den hat's ja komplett aus dem Leben genommen. Ich arbeite noch bei Skoda, richtig. Connor Schmitz hat in einem Jahr nicht mehr dabei. Arbeitest du noch bei Skoda? Digga, er weiß das sogar noch. Er weiß...